Moin 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 Freunde, Gamefresh hier. Heute helfe ich euch, wie ihr erfolgreich meinem Discord-Server joinen könnt. Aufgrund hoher Nachfrage an Hilfe und mangelnder Zeit, kann ich leider nicht jedem Einzelnen helfen. Also, bevor ihr mich im Stream um Hilfe bittet, schaut euch zuerst dieses Video an. Viel Spaß! Der erste Schritt ist ganz einfach, nämlich wie ihr den Discord-Link findet. Also, unter jedem meiner Videos und Streams ist immer der Discord-Link verlinkt. Geht einfach unter meinem letzten Video, scrollt runter und tadaaa, der Discord-Link. Aber auch in meiner Kanalbeschreibung habe ich einen und auch in meinem Streams könnt ihr den Link anfordern und einer meiner Mods schickt ihn euch dann. Auf meinem Discord-Server angekommen, habt ihr bereits die halbe Miete erreicht. Dort seht ihr dann ca. 2-3 Kanäle, also sowas wie Hilfe und Regeln. Klickt bitte auf den Kanal Regeln. Dort angekommen, seht ihr auch sofort den Hinweis, dass ihr die Regeln akzeptieren sollt. Sprich, ihr drückt zuerst auf diesen grünen Haken mit der Zahl dahinter und anschließend klickt ihr auf die blaue 2 mit der Zahl dahinter. Anschließend aktualisiert euer Discord, schließt am besten ganz die App und öffnet sie dann wieder. Und dann müsste es eigentlich klappen. So, nun wisst ihr wie ihr in meine Discord-Server joinen könnt. Testet das am besten gleich aus und seid mit dabei im Team. Also Freunde, abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht habt, liked dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Game Fresh. Wir machen euch. Untertitelung des ZDF, 2020